Da möchte ich euch jetzt aber auch mal den schönsten Tag in eurem Leben wünschen, weil ihr heute zu einer neuen Folge von Donkey Kong Country Returns eingeschaltet habt. Und zwar hier in Welt 5, Flutter Fly Away. Steppen wir einfach ohne Geplänke direkt rein, weil... Keine Ahnung, ich hab Bock loszulegen. Das ist auch wunderschön. Okay. Hey, wie cool ist das denn? Ich kann mich gar nicht an die Welt erinnern. Wir haben schon zwei Level drin gespielt. Aber ich kann mich gar nicht an die Welt erinnern. Boy, da ist einfach Spider-Man. Boy, was ist dieses Level schon wieder? Ich hab das Puzzleteil gesehen, aber ihr wisst Bescheid, Guys. Puzzleteile gibt's nicht. Die schmecken nicht so gut wie K-O-N-G. Super. Die Hitbox ist ja auch mal wieder... Wisst ihr, das ist wie wenn ich einfach zur Hälfte durch meine Wohnungstür laufe. Boots. Ja, Hitbox zu klein. Was war das denn? So muss das. Warum nicht gleich so? Eine absolute Frechheit hier schon wieder. Da kann man safe hin. War aber auch schon close. Und der spawnt einfach wieder Magie-Stuff. Das hat sich ja super gelohnt, hier herzugehen. Dafür kann man aber auch mal ein Abo dalassen. Und für den Checkpoint hier auch. Okay, ich hab wieder ein Herz mehr. Das ist schön. Ich brauch schon direkt den nächsten Buchstaben. Spinnen sind auch was. Kann man... Was war das denn? Ey, der Jump war aber schon krass. Sag dir ehrlich. Der Jump war krass. Okay, haben wir. Ja, was gibt's hier? Oh boy, was ist das denn? Ich dachte, ich wär tot. Ich lebe wie... Weiß ich nicht. Wie ein Überlebender. Mach mal fünf Minuten Pause. Und gib mir das N. Let's go. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Okay, okay. Und schießen wir uns. Alles klar. Wir machen einfach den ganzen Wald kaputt. Auch okay. Oh, der Hell. Ich hab gar keinen Bock da drauf. Einfach ducken. Ich glaub, ducken ist richtig. Boy, was ist dieses Level. Guys, wir müssen ganz kurz imagine. Ohne Didi. Ja, das G hätte ich dann doch ganz gerne. Und irgendwie schmeckt das G so nach... Yo, du bist am Ende. Das wär echt cool. Also mental bin ich auch jetzt schon am Ende. Das war super entspannt heute. Was, ein barbarisch fliegender Cothaufen. Mann. Lol, da ist das Ziel. Da ist das Ziel. Wir können nix mehr falsch machen. Let's go. Oh, wir starten hier schon wieder mit Leveln. Komplett nice. Das stört schwer sind. Es war aber auch episch. Es war aber auch episch. Trip in Totems ist 5-4. Und zwar das nächste Level, in das wir reinschauen. Und mittlerweile hab ich eigentlich nur Angst vor jedem Level, was in dieser Welt noch so kommt. R. Lol. Wer bist du denn? Okay, ihr seid irgendwelche Tiki-Pfähle. Ich hasse diese Viecher so unfassbar. Checkpoint ist okay. Was gibt's hier unten? Ein Bonus? Okay. Da kann ich kurz durchatmen. Ist auch schön. Jo, wo war ich denn bitte gerade? Was war das denn? Bitte zerquetschen Sie mich nicht, Sir. Dankeschön. Das hier sieht ganz schlecht machbar aus. Jo, aber wir haben's. Ist ja auch okay. Oh. Jetzt mal Real Talk. Ich wurde nicht getroffen. Kein einziges Mal. Wer bist du denn? Es tut mir so leid, dass ich auf dich drauf springe. Du siehst voll süß aus. Hallo. Sag mal, hier ist nicht schlafen jetzt. Wir sollen den anpusten. Wahrscheinlich wachen Leute auf, wenn man sie anpustet. Du bist so ein kleiner, blauer, toter Schlumpf. Oh mein Gott. Wunderschön. Macht Spaß. Das ist wieder nur ein Bonus. Das ist nur ein Bonus. Joa, war actually machbar. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht so ganz, wie ich da... Ich weiß, wie ich da hochkommen soll. Du kommst ja auch an das Puzzleteil. Sehr schön. Keine Faxen machen. So wie ein Clown im Büro. Das nein. Einfach nein. Einfach nein. Das ist einfach nur dämlich. Aber es amüsiert mich. Und deswegen freue ich mich, dass es gemacht haben. Ich bin der krasseste Bongo-Trommler der Donkey Kong Welt. Let's go. Ich bin heute... Ich weiß nicht, ob man mir das anmerkt, aber ich bin heute übelst motiviert. Es macht mega Bock. Let's go. Longshot launch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir steppen rein. Rein wie Deutschlands größte Flüsse. Sag mal, willst du dich eigentlich komplett verarschen, oder was? Boah, war der low. Holy shit. Da links habe ich direkt gerade schon was gesehen. Bitte kein Bonus. Wohin bringt mich das? Das gibt halt das ganze Level. Ich sehe, was das für ein Level wird. Gar kein Bock. Okay. Ein Herz brauche ich tatsächlich gar nicht. Ich möchte also eigentlich unendlich Leben haben. Das wäre schon ganz cool. Nein, wir können aber, wir haben doch, also, theoretisch, das Fass. Das respawnt. Wir sind so krass. Wir sind so krass. Also, wer jetzt noch kein Abo und ein Like da gelassen hat, wirklich. Ich komme persönlich vorbei und werfe dir ein Fass ins Gesicht. Da haben wir auch schon den nächsten Checkpoint erreicht. Und sind gleich auch schon tot. Das ist Gegner gespam. Holy shit. Das ist schon ein bisschen schwerer jetzt. Tot. Wunderbar. Super klasse. Beste Leben. Danke für gar nichts. Let's go. Schon das Ziel? Kein Problem für den Donkey Kong. Hensei. Ah. Und wie immer schließen wir das Zusatzlevel aus und dass wir direkt reinsteppen. Springy Spores heißt das. Das klingt auch wieder ein bisschen weird, aber wir werden sehen, was kommt. Und mit Didi ausgerüstet fühle ich mich immer besser. Gerade in dieser Welt. Deum sind wir ohne Didi aufgeschmissen. Oh, da ist wieder so eine Pflanze. Die frisst uns einfach. Geh weg. Eine Liane. Eine zweite Liane. Und ein Frosch. Oh. Oh mein Gott. Guys. Imagine. Eine dritte Liane. Ist das nicht geisteskrank? Ich glaube, ich hatte heute Morgen irgendwas in meinem Kaffee drin. Das tut mir leid. Oh boy. Das Ohr hätte ich schon ganz gerne. Ich hätte vielleicht warten sollen. Ich finde es gut, dass Frösche fliegen können. Nahe der Realität. Ihr wisst Bescheid. Ey, wie ich hier durchrenne. Wirklich wie ein Messer durch flüssige Butter. Euch hasse ich eigentlich total. Vor allen Dingen wegen sowas. Knapp, aber haben wir. Können die überhaupt sterben? Ja, können sie. Gut zu wissen. Wir dürfen nicht zu oft bouncen. Und hier gibt es wieder irgendwie. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ein komisches Grabding, was man anfassen kann. Wo man also. Und dann eben. Wir haben alle Buchstaben. Das klingt zu schön, um real zu sein. Sind wir dann jetzt auch mal oben oder wie? Das hat ja jetzt 20 Jahre gedauert. Da sind da die Pilze hoch. Ja, wirklich. Ah, wieder zu easy und zu schnell durch das Level durch. Damn, wir performen heute. Wir sind krass. Wir sind richtig krass mit dabei. Wiggle Wine Wonders. Klingt so ein bisschen nach Willy Wonkas Chocolate Factory. Keine Ahnung warum. Es ist auch egal. In meinem Kopf herrschen Verbindungen, wo keine sein sollten. Ich sag's euch. Das Level sieht auf jeden Fall komisch aus, weil wir direkt eine Ceiling haben. Und es wird wunderschön. Ich sehe ranken. Das nehme ich mit. Ey, Dankeschön. Guten Tag. Hier gibt's keinen Didi am Anfang, gell? Wir müssen ganz schön aufpassen. Wie auch schon vorher gesagt, ohne Didi echt unangenehm. Einmal kurz Flappy Bird geworden. Ich mein Flappy Kong. Boy, was? Wie konnten wir das verpassen? What the hell? Och nee. Hallo? Dankeschön. Und Checkpoint. Let's go. Ich höre Didi hier oben versteckt. Let's go. Komm her, du blöder Buchstabe. Dankeschön. So. Zack. Eins, zwei, drei. Ballon brauchen wir nicht. Wir haben eigentlich genug Leben. Achso, ja. Mach mir halt Damage. Entschuldigung. Klar. Also Ziel wäre ja jetzt auch schon zu viel verlangt, oder? Wollte nur nachgefragt haben, aber ist ja kein Problem. Jetzt auch noch schräg nach oben, das ist auch schön. Da ist das Ziel. Einfach das Ziel erreicht, aber uns fehlt ein einziger Buchstabe. Was ein Scam. Aber den hole ich ganz kurz nach. Mancher Marathon. Mancher kenne ich eher aus Mario. Deswegen habe ich Angst, was sie in Donkey Kong anrichten können. Wir werden sehen. Ich sehe Spinnennetze. Ich sehe Spinnenstampfer. Sehr ne offizielle Fachbegriff ist das. Wir hüpfen hier auf irgendwelchen Kokons rum. Auch interessant. Nein, nein, nein. Hör auf. Nein, nein, vergiss es. Es ist genau das, was ich denke, dass es das ist. Wir haben Didi verloren. Auch gut. Wir sind gleich tot. Wir sind tot. Das wird super angenehm. Ich mag es euch. Ich will den Ballon nicht. Ich wollte das Herz haben. Wir werden immer noch verfolgt. Wir müssen warten. Wir müssen weiter. Da ist das K. Darauf muss ich ja auch noch achten. Mach die Tür auf. Gib mir das. Oh Mann. Da oben ist das N. Ich habe es gesehen. What the hell? Übertreib doch nicht. Mach auf. Nein. Wir haben einen Buchstaben verpasst. Haben wir. Komm. Komm schon. Ich will nicht mehr. Was? Dieses Level ist so schlimm. Dieses Level ist so unfassbar schlimm. Und uns fehlt noch das N. Okay. Das hole ich nach. Und Geist, ihr checkt dieses Video aus. Weil da gibt es Banjo-Kazooie und Mario Odyssey. Das war geisteskrank. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Abo da. Ciao, ciao Leute.